Das kann wirklich so schwer sein. Das ist die letzte Mission in diesem Spiel. Vermutlich. Gut gemacht, aber hier sind noch mehr Attentäter. Sie müssen verschwinden und zwar schnell und lautlos. Von hier kann man operieren. Ich weiß nicht, wie weit die Explosion geht. Sonst hätte ich ihn natürlich auch anschießen können, dann springt er sich im Zweifel in die Luft. Hoffe ich zumindest. So, fünf weitere. Da allein schon sind es zwei. Das ist ein Heuhaufen. Könnte ich eigentlich mal reinspringen. Könnte ich ihn aber reinziehen? Das wäre doch eine gute Idee, ne? Sehr gut. Perfekt. So, der hat schon mal gar nichts gemacht. Ich würde ja gerne diese nehmen müssen schaffen, ne? Müsst ihr mal gucken, gibt es hier eine Zone, wo echt gar keiner steht. Da hinten am Baum wäre natürlich optimal. Da könnte er sich von mir aus gerne in die Luft sprengen. Aber der geht da einfach nicht hin, ne? Das macht er nicht. Nach dem Peluftattentat. Das ist auf jeden Fall sicher. So. Zwei habe ich noch. So, der war eben auch schon... Guck ich hier irgendwo rauf. So, von hier oben kann man schon mal alles überblicken. Das ist gut. Die sehen eigentlich. Dann möglichst irgendwo... Guck mal, der geht doch jetzt irgendwo hier hinten hin. Bitte klappen. Aber da stehen noch zu viele. Irgendjemand würde er noch mit in die Luft springen. Das wird also nichts. Ich müsste... Wie schaffe ich es denn, dass die alle wegrennen hier? Wie macht man so was? Eine Rauchgranate? Das wird er merken. Ich muss irgendwie ein Gebiet säubern mal. Warte mal, bis sie eben weg ist. Ich hau mal einfach eine Rauchgranate hin. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber... Der ist weg. Der andere ist auch weg. Ja, wo ist das? Tschüss. Die eine rennt weg. Es sind nicht alle, aber... Das ist schon mal deutlich frei, das Ganze hier. Oh, das wird was. Das wird was. Kriege ich sie auch noch weg? Mit der zweiten vielleicht. Ich bin jetzt so grad ein bisschen stolz auf mich selber. Das ist eigentlich unverschämt, aber... Kommt der noch? Der haut schon wieder ab. So, tschüss. Ich hoffe, die rennen jetzt auch gleich noch weg. Oh nein. Okay, aber er rastet nicht aus. Er springt sich nicht in die Luft. Der eine rennt weg. Renn jetzt die anderen weg, bitte. Schon mal wieder ein paar weg. Aber immer noch nicht alle. Die Idee ist nicht schlecht, glaube ich. Es klappt sie. Halbwegs. Der wundert sich wahrscheinlich, warum jetzt alle hier weg sind. Diese Nebenmissionen, die ruhe ich mir. Das will ich. Jetzt geht aber mal dahin. Ich hatte eben Angst, dass er sich jetzt in die Luft springt, weil... So, ich versuche es jetzt mit einer weiteren Rauchgranate. Hau ab, hau ab, hau ab. Ich gehe da nicht mehr dahinter. Muss doch möglich sein. Ich könnte auch so eine elektrisierende Bombe runterwerfen, aber ich möchte niemanden töten. Jetzt geht er dahinter. Sehr schön. Muss doch möglich sein. Guck mal, die hauen ab. Die hauen ab. Das ist gut. Jetzt rennt ja alle weg. Komm. Bitte, 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 bitte. Einer rennt und dann rennt meistens noch welche andere. Das ist traurig. Das ist jetzt echt traurig. Er wechselt sogar seine Pfade. Oh, vielleicht kann ich ihn da gleich nochmal rausnehmen. Also er muss sich ja selber in die Luft springen wahrscheinlich. Ähm. Ich hätte vielleicht hier auch mal ne Ruhe. Muss ja irgendwo abhauen. Muss nur ein kleines Fenster haben, wo er sich in die Luft springt und keiner getötet wird. Ich versuche sie jetzt nochmal. Ich versuche sie jetzt nochmal. Ich versuche sie jetzt nochmal. Ach ne. Da sind überall immer. Da hinten müsste er hin. Dann könnte es klappen. Da darf er sich gerne in die Luft. Da steht aber eher noch ne. Diese Nebenmission. Warum muss ich die immer abschließen wollen. Da stehen die noch. Ich versuche es mal mit so einer Elektrobombe. Aber das könnte es schief gehen. Okay. Ich habe zumindest das Gebiet gesäubert. Aber mit fragwürdigen Mitteln. Das wird auch nicht reichen. Oder? Wenn der sich dann in die Luft springt, dann hat der Radius. Ach mal. Soll ich ihn jetzt einfach töten? Ich töte ihn jetzt einfach. Das ist ärgerlich. Ich kriege die da nicht weg. Wie lange? Wie kann ich gerade wegscheuchen? Rauchbombe hat. Funktioniert erst. Vielleicht irgendwie so einen aggressiv machen. Oh. Wieso ist das denn tot? Der soll aggressiv werden. Klappt auch nicht. Rauchbombe klappt nicht. Messer wird nicht klappen. Einzig die Rauchbombe. Und wenn das nicht interessiert, muss das ja gehen. Vielleicht klappt das bei dem. Aber ansonsten. Ja. Ich habe sonst keine Möglichkeit. Ich wüsste nicht, wie ich die sonst. Die Leute wegscheuche. Ne. Das wird nichts. Geht jetzt hier hin. Das wäre optimal. Bitte. 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 Wenn ich jetzt irgendwo dahin schieße, dann wird er es hören. Dann wird er sich gleich in die Luft sprengen. Nicht drauf vorbereitet sein zumindest. Es interessiert ihn nicht die Bohne. Es interessiert ihn nicht die Bohne. Haut ab. Wenn du um euer Leben. Oh oh. Schieß ruhig auf mich. Solange du nicht in die Luft springst, ist alles gut. Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Ich kriege die nicht weg. Ich muss. Ne, achte ich sogar extrem auf die Nebenziele. Zumindest hier bei Syndicate. Aber auch sehr oft bin ich daran gescheitert. Oder eben halt wie vorhin mit den Wachen, die ich da freischalten wollte. Wurde ich ja gerne machen. Aber das Spiel hat nein gesagt. Gut gemacht. Aber hier sind noch mehr Attentäter. Sie müssen verschwinden. Jetzt muss ich leider durchrennen. Sonst wird das nichts. Hier ist so ein kleiner Korridor. Aber ich glaube, da möchte ich jetzt nicht... Versuch's mal eben gerade, weil das hier gleich am Anfang ist. Haut ab! Die gehen auf ihn zu! Ne, jetzt geh ich aber durch. Das ist jetzt echt. Das ist irgendwie nicht möglich. Irgendwie sind die Menschen nicht wirklich... Irgendwie handeln die nicht sinnvoll. Man will es auch wieder zu schön machen, ne? Mach die jetzt platt. Mache ich jetzt auch. Es wäre doch schön gewesen, wenn man das nochmal... Aber hier sind noch mehr Attentäter. Sie müssen verschwinden. Und zwar schnell und lang. Schön gewesen. So, Kollege. Ich dachte hier, das könnte vielleicht reichen. Aber die sind ja tatsächlich auch noch auf den Zug gegangen. Die rennen nicht mal wenige geschossen werden, die nicht mal wieder von. Können wir vorstellen, dass es auf der Konsole wird das klappen, weil da wahrscheinlich weniger Leute überhaupt erst angezeigt werden. Der kommt gleich wieder. Ich wüsste auch nicht, wo man das schaffen sollte. Also... Oder wie? Ach, der raus. Oben. So. Den per Luftattentat. Ah, runter, runter. So, tschüss. Wie so eine Fräse geh ich da jetzt durch. So. So einfach könnte es sein, aber... Ich kriege hier keine Massenpanik ausgelöst. Das ärgert mich. Das ärgert mich tatsächlich, weil ich würde es... Würde man das schon gerne schaffen? So. Keine Ahnung, wie man das schaffen sollte. So, der Typ steht da hinten. Dann war das wahrscheinlich jetzt die letzte Mission. Ich wollte sie ein bisschen schöner machen. Ach, die Scheiße. Er darf nicht entkommen. Rennen wir hin. Ach, Mist. So doch noch nie alles. Den Templerführer rammen. Oh. 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 Ach so. Äh. Und was muss ich jetzt machen? Oh. Oh. Ach du Scheiße. Das ist doch noch ein bisschen mehr Arbeit. Habe ich unterschätzt. 36. Das ist die Sprengladung. Da oben auch noch. Muss ich jetzt nach draußen oder komme ich... Oh ne. Ich sehe sie nicht mal richtig. Du Scheiße. Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich glaube ich schaff's nicht. Ey. Und das ist auch noch dahinter oder was? Ach nein. Lass dir Zeit. Opa. Wo, wo soll das denn sein? Außen. Da auch. Da ist es. Habe ich schon gesehen. Ja. Da unten ist eine Ladung. Komme ich da überhaupt von außen ran. Ach meine Güte ey. So wird das auf jeden Fall nix. Der erste. Ich glaube nicht, dass es noch was wird. So ist aus. 100 Meter. 117. Ne. Das glaube ich. Da bin ich der ersten da nicht die ganze Zeit hinterher gejagt. Das wird noch was werden können. 70 und 80. Okay. Jetzt habe ich sie auch noch im Hof und noch eine zweite. Hä? Nein. Hier war sogar noch ne zweite. Oh mein Gott. Ich hätte es fast noch geschafft. Ne EIN. immerhin hat man noch ein kleines hat sich allein gelohnt um das mal von außen zu sehen aber bin ich erstmal völlig falsch gerannt glaube ich also zwei im innenhof und eine oben und eine innerhalb der gemähe wo er schlaucht jetzt aber auch finden sie die bomben bevor sie hochgehen so das wird ja wohl jetzt die erste sein die ist da hinten im raum drinnen das weiß ich jetzt ich habe mich ablenken lassen dachte dann helfen wieso ist der gründe punkt weg hatte schon jetzt 1 gehen wir zum schluss die beiden sind im innenhof eine da die andere da drüben in ecke glaube ich ach so scheiße diese wenn er denkt wieder ja genau setze ich darauf und meine güte jetzt schaffen wir das ja jetzt das seit fünf stunden versprochen die finale kommt jetzt so darunter genau und dann nach oben dann habe ich eine minute um alleine die bombe oben auszuschalten danke darf ich mal da oben habe ich kein fenster über eine minute ich gehe hier in den hof und dann nach oben so wo habe ich das jetzt ach scheiße auch noch ein glockenturm da oder das war cd hoch was ist das denn nein die steuerung nein wenn das jetzt daran scheitern rastig aber so lasst mir drauf lasst mir darauf bitte nicht das wäre super nervig jetzt dass sie das sind und darunter diese steuerung die macht mich fertig oh nein drei sekunden meine güte stimmte mit dem spiel ich dachte jetzt gerade wenn ich das ist es ist nicht passiert glück gehabt so ich konnte mich an der einen ecke kunden wie zum beispiel einen da oben ziehen der hinger einfach nur machte nix vielen dank junger freund bitte begleiten sie mich sie und ihre schwester wurden gerufen sie ehren uns mit ihrer loyalität und courage mögen wir das empire noch lange sterben eure majestät die sicherheit unserer unseres volkes ist unser wichtigstes anliegen aber mit dem größten respekt unser credo verbietet uns die mitwirkung an der ausweitung des imperiums vielleicht meinem zieht ihr in betracht eure imperialistischen pläne aufzugeben wir verstehen und respektieren ihren standpunkt letztendlich sind sie ihrem credo verpflichtet doch erweisen sie uns ein letztes mal die ehre und nehmen sie diese geschenke an adieu möge gott sie auf all ihren wegen beschützen ich glaube nicht dass sie dir nochmal kuchen anbieten wird so operation westminster ist abgeschlossen ich glaube mein aktion abgeschlossen was ist was heißt das hersteller warum steht der hersteller umhang königlicher umhang das schaue mir jetzt aber tatsächlich noch mal an aber ich glaube mein episches finale das werde ich nicht mehr bekommen so ist das der hier umhang königlicher umhang ja gut der sieht nicht schlecht aus muss man sagen nur ist er deutlich schlechter als das was ich schon dran habe wow deswegen machen wir so und jetzt wird auf der map auch gar keine mission mehr haben richtig ist das richtig das war jetzt doch anstrengender als gedacht ich hätte eigentlich gedacht irgendwie weil ich habe mich schon gesehen in der komplett lösung dass es nur noch eine eine mission oder zwei mission waren in dem fall das dachte ich eigentlich wäre jetzt deutlich schneller schon durch aber ja es hat sich das so lange hingezogen dass es jetzt tatsächlich halb zwei ist ich wurde eigentlich schon lange durch sein ich dachte nur zwei stunden zack bist du durch hab natürlich nicht daran gedacht dass es ja noch die mission der ähm ja diese nebenmissionen gibt eben halt in diesen berühmten persönlichkeiten ja so hat sich das jetzt hingezogen und dann gab es nach dem finale was irgendwie noch nicht so richtig die finalcharakter komplett hatte irgendwie ähm gab es dann noch mal ein bisschen rum denke ich vielleicht musst du dich auch noch spielen dann kriegst du vielleicht das epische finale oder so ja weil in dem fall nicht so was willst du machen gut aber ich bedanke mich auf jeden fall bei allen die heute eingeschaltet haben ähm ich krieg die augen schon gar nicht mehr richtig auf ähm fürs einschalten hat mich gefreut dass das heute nochmal so ein bisschen anklang gefunden hat und viele nochmal eingeschaltet haben hat mich wirklich gefreut vielen dank auch an mauma nochmal für die dicke spende vielen dank dafür und ja wir sind jetzt durch mit dem marathon erstmal der marathon wird erst fortgesetzt wenn das neue spiel rauskommt am 27 oktober Assassin's Creed Origins ja aber jetzt mein ziel habe ich im Prinzip erfüllt alle drei spiele die ich noch nicht gespielt hatte im Prinzip alles was nach Black Flag kam ähm durchzuspielen das habe ich geschafft jetzt bin echt froh das hat tatsächlich war ziemlich schlaucht ganz schön wenn man tatsächlich sich feste Termine hier ist mal setzt irgendwie und das neben dem Beruf macht ach aber ich habe es geschafft das ist ein bisschen Erleichterung aber wie gesagt ich weiß das geht ja immer wieder los mit Origins jetzt habe ich ein bisschen frei kann mich jetzt auch mal ein bisschen um PUBG und ähnliches kümmern oder Counter Strike zu Sonntag Counter Strike da wird wahrscheinlich Sonntag ähm da werde ich dann mit meinem Team in der in der 99 Damage Liga spielen ah Napoleon ja dann bist du ja bei Unity auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten ja dann holst du mich ja langsam ein da hast du auch noch eigentlich Zeit da kannst du ja jetzt ein bisschen Zeit lassen wie gesagt jetzt wird es erstmal eine Assassin's Creed Pause geben bis zum 27. Oktober hast du also noch Zeit das alles nachzuholen und vieles hast du ja jetzt ja auch schon live gesehen so wie gesagt vielen 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 Dank freue mich immer wenn ihr einschaltet weil wenn man hier den Alleinunterhalter macht das ist natürlich kommen sie schon ein bisschen nur mit Klopp vor ne gut ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht ich bin raus und wir sehen uns bestimmt jetzt die nächsten Tage dann für PUBG CS oder was auch immer je nachdem wie Lust und Laune ist so ich wünsche euch eine gute Nacht bis dann Ciao und Tschüss bis zum nächsten Mal